Ja, hallo und willkommen zum letzten Buchführungsthema, diesmal die Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer erklären wir mal so. Wir haben hier einen Hersteller, der stellt was her, und einen Händler, der kauft was ein, und zwar mit Geld. So, jetzt tauschen die entsprechend Ware aus und Geld, und zu diesem Geld kommen 19% Mehrwertsteuer dazu. So, diese 19% Mehrwertsteuer, die muss der Hersteller ans Finanzamt abführen. Der Händler, der kann sich aber diese 19% wiederholen, und der Endverbraucher macht jetzt das gleiche Spielchen wie vorher. Er kauft also entsprechend die Ware ein, bezahlt dann entsprechendes Geld dafür, aber er muss dann zusätzlich die Mehrwertsteuer bezahlen, und diese Mehrwertsteuer gibt der Händler wieder ans Finanzamt ab, und der Endverbraucher, der kann hier nichts einfordern. So, wie schaut das jetzt bei uns in der Buchführung aus? Also hier haben wir zwei neue Konten, einmal die Umsatzsteuer und einmal die Vorsteuer. Also die Mehrwertsteuer teilt sich in diese beiden Konten auf. Bei der Vorsteuer, die fällt immer an, wenn wir Waren einkaufen. Die Vorsteuer ist eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, was wir vorhin eben gerade gesehen haben, und dadurch, dass es eine Forderung ist, dass wir hier Gelder bekommen, ist die Vorsteuer ein aktives Bestandskonto. Gegenüber der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer fällt immer an, wenn wir Waren verkaufen, und diese Umsatzsteuer muss ans Finanzamt abgeführt werden, und deshalb ist es auch ein passives Bestandskonto, das heißt, wir haben, sobald wir was verkaufen, Schulden beim Finanzamt, sozusagen. Ja, wie sieht das Ganze jetzt beim Buchen aus? Also Beispiel, wir kaufen hier Waren ein für 1.190. Hier brauchen wir jetzt entsprechend die Kontenaufwendung für Waren, Vorsteuer und Bank. Wir haben hier Aufwendung für Waren, den Nettopreis, die 1.000 Euro, das wird im Soll verbucht, dazu die Vorsteuer, 19%, das sind die 190 Euro, und zusammen sind es 1.190 Euro, die kommen dann vom Bankkonto weg, und daneben haben wir entsprechend die Konten, also 1.000 Euro im Soll, Aufwendung für Waren, der Nettobetrag, dann die Vorsteuer, die 190 Euro, auch im Soll verbucht, und bezahlt wird es mit dem Aktivkonto Bank, das kommt dann ins Haben gebucht, Betrag kommt hier raus aus dem Konto. Dann die Umsatzsteuer, hier haben wir ein Beispiel Barverkauf von Waren, 595 Euro, wir brauchen hier ein Kassekonto, Umsatzsteuerkonto und Umsatzerlöse für Waren. Der Bruttopreis ist also 595 Euro, das sind die 119%, und die 19% sind davon die 95 Euro, und die 100% sind dann praktisch die 500 Euro. Ja, das verteilt sich jetzt entsprechend, also 500 Euro Umsatzerlöse im Haben gebucht, die Umsatzsteuer von 95 Euro im Haben, und in der Kasse wollen wir was verkaufen, haben wir also 595 Euro, wieder in der Kasse. So, wie sieht es jetzt aus, wenn wir diese Konten abschließen? Es gibt hier zwei Möglichkeiten, einmal unter dem Jahr und einmal am Ende vom Jahr, wir schauen uns erst mal den Abschluss unter dem Jahr an. Also, wir haben hier ein Vorsteuer- und Umsatzsteuerkonto, die beiden wollen wir abschließen, und dazu brauchen wir noch ein Umsatzsteuer-Vorauszahlungskonto. So, wie macht man das jetzt? Also, die Vorsteuer, die wird abgeschlossen, das Saldo, der Schlussbestand, das sind 100 Euro, und die werden dann vom Haben ins Soll übertragen, vom Umsatzsteuer-Vorauszahlungskonto. Hier haben wir also jetzt die 100 Euro drin, dann die Umsatzsteuer wird auch entsprechend abgeschlossen. Das Saldo ist hier 50 Euro, und der geht dann vom Soll ins Haben des Umsatzsteuer-Vorauszahlungskonto. So, und jetzt ergibt sich hier wieder eine Differenz von 50 Euro. Das bedeutet, also wir haben ans Finanzamt schon 100 Euro gezahlt, Umsatzsteuer steht noch aus von 50 Euro, und diesen Betrag bekommen wir also noch erstattet. Das bedeutet, den abschließenden Buchungssatz würde hier lauten, Forderung an Umsatzsteuer-Vorauszahlung 50 Euro, und damit wäre dann das Umsatzsteuer-Vorauszahlungskonto bereinigt. Und die Forderung von 50 Euro, die steht dann praktisch noch aus. So, wie sieht es jetzt umgekehrt aus, wenn wir noch eine Zahllast haben? Also, wenn jetzt die Umsatzsteuer höher ist als die Vorsteuer, dann müssen wir praktisch ans Finanzamt noch die Differenz bezahlen. Wir schließen jetzt wieder die Vorsteuer ab, haben also einen Schlussbestand von 100 Euro. Es kommt wieder das Umsatzsteuer-Vorauszahlungskonto gebucht, dann die Umsatzsteuer wird abgeschlossen, Schlussbestand ist 200 Euro. Dieser Saldo wird ins Haben vom Umsatzsteuer-Vorauszahlungskonto übertragen. Und diese Differenz, das ist jetzt die Zahllast, die wir noch ans Finanzamt leisten müssen. Und der abschließende Buchungssatz wäre dann hier Umsatzsteuer-Vorauszahlung an Bank. Also, hier kommen die 100 Euro raus und dann ist praktisch das Umsatzsteuer-Vorauszahlungskonto bereinigt. Am Ende vom Geschäftsjahr schaut es jetzt so aus. Wir schließen das Vorsteuerkonto ab, Schlussbestand 100 Euro. Und dieser Saldo wird ins Umsatzsteuerkonto übertragen. Und zwar vom Haben ins Soll, also die 100 Euro vom Vorsteuerkonto, kommen hier auf die Soll-Seite. Und jetzt wird das Umsatzsteuerkonto abgeschlossen. Und diese Differenz ergibt sich jetzt im Haben. Die 50 Euro, die sich hier im Haben ergeben, die werden dann ins Schlussbilanzkonto übertragen. Auch wieder vom Haben auf die Soll-Seite des Schlussbilanzkontos. Und diese Position, das ist dann die Vorsteuer. Also, das ist noch die Forderung, die gegenüber dem Finanzamt im nächsten Jahr erhalten bleibt. Der umgekehrte Fall. Wir haben eine Vorsteuer von 100 Euro, eine Umsatzsteuer von 200 Euro. Wir schließen also zuerst das Vorsteuerkonto ab. Wir haben dann einen Schlussbestand von 100 Euro. Dieser Schlussbestand wird wieder auf das Umsatzsteuerkonto übertragen. Und zwar vom Haben ins Soll des Umsatzsteuerkontos. Also haben wir hier die 100 Euro. Und diese Differenz, die sich jetzt hier ergibt, das ist praktisch die Zahllast, die wir noch leisten müssen. Und diese 100 Euro aus dem Soll vom Umsatzsteuerkonto wird ins Haben von der Schlussbilanz übertragen. Und das ist unter den Verbindlichkeiten die Umsatzsteuer, die im nächsten Jahr dann praktisch ans Finanzamt noch überwiesen werden muss.